Herzlich willkommen heute Markus Michael. Markus, wir wollen heute ganz locker einen Let's Talk reden und zwar zum Thema Cloud. Vielleicht magst du dich ja mal ganz kurz vorstellen. Ja, mein Name ist Markus Michael. Ich bin Gesellschafter, Geschäftsführer der Bion GmbH. Bion gehört mit zur Konsens-Unternehmensgruppe. Wir beschäftigen uns mit sehr viel Enthusiasmus und Freude seit 25 Jahren mit dem Thema Telekommunikation und IT. Genau, von uns ein großer Integrator und warum habe ich gerade dich ausgewählt? Ihr wart halt echt die Ersten, die das Thema Cloud, ja wie soll ich mal sagen, so richtig gepusht haben. Ich weiß noch, die ersten CeBIT, wo du gewesen bist und da war so dieser Fokus auf Cloud und ich habe gedacht, da sind wir gar nicht unterwegs, meine Kunden wollen das auch gar nicht, aber was wollt ihr denn da machen? Und man merkte aber, ihr hattet einen Plan. Also da war schon so ein, ihr habt daran geglaubt und ihr wart super, super früh und habt ja wirklich ganz viele Dinge gebaut. Warum wart ihr so früh dabei, Markus? Wie hast du das, warum habt ihr das so früh gemerkt und was hat euch gelockt? Für uns war es immer wichtig, weil wir schon sehr, sehr früh, bevor man den Begriff Cloud eigentlich auch geprägt hat, hatten wir schon fast zehn Jahre Erfahrung mit virtuellen Telefonkonferenzen aus dem Rechenzentrum, noch klassisch ISDN basiert, so wie das damals eben auch üblich war. Und das war ja eigentlich ein klassischer Cloud Service, den wir sehr erfolgreich insbesondere in dem gesetzlichen Krankenversicherungsmarkt angeboten haben. Und wir sind dann natürlich auch immer wieder auf Telefonanlagenlösungen angesprochen worden, die wir dann auch klassisch entweder mit betreut haben oder auch vor Ort installiert haben. Wir waren Partner von Siemens, wie man das so seinerzeit war, von Avaya oder noch Tinovis. Und wir haben selbst eben auch größere Installationen eben alles On-Prem gemacht und haben dann irgendwann uns die Frage gestellt, ob es nicht vielleicht eben auch eine Lösung gibt, die passend ist zu unserer ACD-Cloud-Lösung. Und haben dann in der ersten größeren Installation zwar aus dem Rechenzentrum des Kunden heraus noch mit Alcatel ein weltweites Projekt gestartet. Und das war semi-optimal. Und nach drei Jahren war nicht nur der Kunde froh, dass der Vertrag zu Ende war, sondern wir waren auch eigentlich ganz dankbar. Aber das hieß nicht, dass das Kundenverhältnis zwischen uns unterbrochen werden sollte, sondern der Kunde gab uns die Bitte, dass wir uns mal intensiver mit Innova Phone auseinandersetzen, was für uns auch ganz spannend war. Zum einen, weil es auch komplett passgenau auf unsere Strategie gepasst hat, dass wir gesagt haben, wir möchten gerne in dem Bereich, wo wir selbst Anbieter sind, sehr gerne Partner auswählen, die mittelständischer Struktur sind, die ein Stück weit viel mehr auch verstehen, welchen Angang wir wählen. Und da haben wir relativ schnell erkannt, dass genau Innova Phone uns das liefern konnte, was wir gesucht haben, nämlich einen Partner auf Augenhöhe, sodass eben nicht alles irgendwie vorgegeben war, sondern dass man auch mitdiskutieren konnte. Und was es damals noch nicht gab und was wir dann eben auch bei Innova Phone ein Stück weit geweckt haben, war natürlich so ein sehr starker Cloud-Ansatz. Innova Phone hat sich seinerzeit mit Cloud auseinandergesetzt, aber lange nicht so intensiv mit der Vision, die wir dann eben auch aus diesem Projekt heraus und unserer ACD-Erfahrung entwickelt haben. Und das war eigentlich so der Beginn einer gemeinsamen Reise, die sich bis heute als äußerst fruchtbar und auch sehr konstruktiv erweist und über die wir auch sehr dankbar sind bis zum heutigen Tag. Ja, das gilt auch für uns. Also ich denke, wir haben von euch super viel lernen dürfen über Cloud und die Herausforderungen von Cloud und was man da alles so braucht. Und ich bin ja immer begeistert gewesen, was ihr da auch alles entwickelt habt. Also ihr hattet irgendwie eigene webbasierte Rollout-Tools gebaut. Und wenn ihr mir mal erzählt habt, wie schnell ihr Rollouts gemacht habt von Kundengrößen, die ja signifikant vielstellig gewesen sind und du mir immer erzählt hast, wie die Rollouts geplant sind und das muss schneller gehen und das müssen wir, das machen die doch nicht, also das kriegen die doch nicht geregelt. Aber irgendwie habt ihr das alles geregelt. Das hat mich persönlich immer begeistert. Und wie gesagt, die Tools, die ihr da gebaut habt, wo ihr dann wirklich hier so Scanning-Tools gebaut habt, wo ihr dann Barcodes eingelesen habt bei den Rollouts, um da schneller zu werden und die Kisten einfach auf den Tisch zu stellen, damit die automatisch provisioniert werden. Das war schon was, was mich immer begeistert hat. Und das, was du sagst, auf Augenhöhe, dass wir voneinander gelernt haben, das hat mich bis zum heutigen Tag begeistert. Und es ist ja nichts für umsonst, seid ihr auch so erfolgreich mit uns. Also ich glaube, wenn ich mir angucke, wer die meisten Cloud-Installationen hat, dann seid ihr das im Moment. Ich weiß nicht, wie viele User habt ihr aktuell drauf, Markus? Wir haben jetzt inzwischen, sind wir bei knapp 12.000. Ja, das ist schon eine wirklich nette Größe. Also es ist natürlich, wenn man sich überlegt, wie lange wir das jetzt machen, bin ich auch ganz offen und auch ehrlich, könnte ich mir da schon noch ein bisschen mehr vorstellen. Aber ich glaube, dass wir gerade jetzt auch in den letzten Monaten gesehen haben, dass natürlich eben dieses Van-Bond-Spiel auf der einen Seite sehr stark standardisiert und automatisiert, auf der anderen Seite aber trotzdem immer wieder in der Lage zu sein, auch ein Stück weit auch individualisiert Kundenanforderungen auch abzubilden. Und das bringt uns den entsprechenden Erfolg. Wir waren am Anfang immer kompromisslos, was das Thema Sicherheit anging, redundante Abstützung, zwei Rechenzentren, nicht irgendwie zwei Brandabschnitte in einem Rechenzentrum. Wir haben eben da von Anfang an Wert draufgelegt. Wir haben aber auch, das sehen wir auch in dem laufenden Prozess jetzt nach über fünf Jahren, dass wir natürlich auch im Design immer wieder auch Anforderungen entwickelt haben, die eben natürlich nicht ganz von Anfang an zu erkennen waren. Und alles in allem ist es nach wie vor ein spannendes Feld. Und auch die Positionierung, also wo wir uns eben auch gerne sehen heute im Markt, die ist einfach nicht in dem vergleichbaren zehn Ports online bestellt und fertig, sondern eher auch in dem größeren Mittelstand-Segment, wo man eben auch dann eine gewisse Anforderung, eine gewisse Integration hat, wo man eben auch eine gewisse Tiefe braucht eben der Anbindung. Und das sind eigentlich die Projekte, wo wir zu Hause sind. Und das ist aber nicht Widerspruch zu sehen zu der eigentlichen Plattform, die drunter ist, die eben schon hochstandardisiert sein soll, wo wir einfach Tools nutzen. Und wenn man jetzt nochmal ein Stück weit auf den Service-Gedanken eingeht, da ist es für mich eben auch wahnsinnig wichtig, dass ich auf der einen Seite in der Lage bin, dem Kunden ein Sales-Service anzubieten, dass er eben alles selbst über ein Tool bedienen kann, auch den Rollout alleine vornehmen kann. Aber trotzdem sind wir in der Lage, europaweit, dank auch des Innovafone-Partner-Netzes, aber auch mit anderen Partnern, die für uns eben auch dann einfach einen Field-Service, nur die Geräte aufbauen und so weiter, dass wir das eben auch europaweit anbieten können. Und das ist auch die einzige Lösung, die du als Cloud-Anbieter wiederum eben auch liefern musst, weil sonst ist es eben hinfällig. Dann bist du wieder ein Anbieter, der aufgrund der Infrastruktur das Ganze ins Rechenzentrum stellt, aber fährt dann trotzdem nur 100 Kilometer um den Standort herum und der Rest ist eben zu aufwendig. Also das würde dann ja dem ganzen Ansatz auch widersprechen. Genau. Besonderheit für euch ist ja, dass ihr selber auch Carrier-Dienste anbietet, also Telefonie quasi einfach auch direkt anbietet und Rufnummern-Portierungen sind bei euch tagtäglich quasi. Das heißt, ihr nehmt die Rufnummer auch zu euch in die Cloud, ne? Ja, wir kommen ja klassisch aus diesem Carrier-Umfeld. Wir haben jahrelang reine Vermittlungstätigkeiten absolviert, haben diese ganze Liberalisierung des deutschen Telekommunikationsmarktes auch mit begleitet. Von daher haben wir heute noch ungefähr auch 6000 Aufträge, die wir im Jahr bedienen, beziehungsweise auch abwickeln. Das heißt, das ist in der Tat für uns unsere Herkunft. Da kennen wir uns auch aus. Das ist natürlich auch die Kombination, weil die eine Fragestellung ist, warum bietest du jetzt auch Leitungen an oder warum machst du das eben auch? Als Cloud-Anbieter die nächste Sache, wir werden ganz häufig eben gefragt, naja, wenn ich einen Cloud-Service nutzen will, wie komme ich denn zu euch in die Cloud? Und das ist eben die Kombination, dass wir sagen, ja, wir haben da sogar eigene Leitungen und wir haben natürlich eigene Services auf Vorleistungslieferanten-Basis, aber das ist natürlich ein Thema, was sehr gerne auch genutzt wird und wo wir dann natürlich auch alles aus einer Hand anbieten können und damit eben auch dann Redundanzkonzepte, Anbindungen auch in kleineren Homeoffices realisieren können, sodass das eben dann am Ende wie ein komplettes, für ein kompletter Lösungsansatz von Bion aussieht. Ja. Jetzt fand ich bei euch extrem spannend, ihr macht ja das nicht dogmatisch. Also ihr sagt ja nicht, Cloud ist die Zukunft, muss unbedingt Cloud machen, sondern der Kunde hat ja die Wahl. Der kann ja Cloud machen, der kann aber auch On-Premise machen. Also wenn der möchte, aus welchen Gründen auch immer, dann kann er ja auch On-Premise machen. Welche Kunden entscheiden sich denn für was? Also was unterscheidet denn Kunden, die bei euch in die Cloud gehen und welche hätten gerne On-Premise? Ja, also grundsätzlich, glaube ich, ist es wichtig, weil wir haben, ich hatte ja vorhin auch ganz kurz von unserer Unternehmensgruppe berichtet und die Konsens-Unternehmensgruppe hat eben auch noch einen stark beratenden Bereich, was für uns eben auch, wenn wir selbst als Anbieter Bion unterwegs sind, immer wieder uns eigentlich zum Vorteil dient, weil wir dort nicht nur sagen, wir haben jetzt einen innovativen Ansatz, wir sind davon überzeugt, dass Cloud die einzige Lösung ist und damit wollen wir jetzt eben egal, wie eine IT-Landschaft beim Kunden aussieht, wollen wir jeden beglücken und nur mit diesem einen Weg. Das ist grundsätzlich natürlich auch eine Frage, wie man das auch als Lebensweisheit sieht, ob es eben nur einen Weg gibt, der zum Ziel führt. Das ist auch nicht meine Überzeugung, sondern ich bin eben auch der Meinung, dass aus unterschiedlichen Konstellationen auch Menschen unterschiedliche Entscheidungen treffen und die müssen nicht immer für jeden Moment eben auch naheliegend sein, aber die Struktur gerade auch der IT-verantwortlichen Leiter ist natürlich so unterschiedlich, dass es eben auch ganz klare Ressentiments gibt, dass man eben das Thema Datensicherheit anspricht, dass man sagt, ich hätte gerne noch immer, jetzt im Zusammenspiel mit InnovaFund ist es ja das Kästle, das man gerne streicheln möchte oder eben das geliebte Blech, das man eben noch in den eigenen vier Wänden haben möchte oder aber auch die Infrastruktur, die gesamte IT-Strategie so darauf ausgerichtet ist, dass man sagt, wir wollen einfach möglichst alles bei uns auf dem Campus haben und das ist für uns natürlich genauso gut, weil wir uns nicht verstehen als dogmatische Verfechter einer Cloud-Strategie, sondern wir sind im Endeffekt Lösungsanbieter und dieser Lösungsanbieter-Ansatz kann natürlich auch als Managed Service vor Ort erfolgen, wenn eben die Anlage nicht im Rechenzentrum steht. So, dann hattest du aber auch gefragt, was ist denn eigentlich jetzt der Unterschied? Wer entscheidet sich für das eine oder das andere? Das habe ich eben, glaube ich, damit schon ein Stück weit auch beantwortet, weil es ist gar nicht so, dass jedes Unternehmen aus der Branche XY sich nur für die On-Prem-Variante entscheidet. Also, es gibt sehr viele Finanzdienstleister, die auch wir betreuen, die sagen, Cloud ist für sie absolut eine Option. Es gibt öffentliche Verwaltungen und auch Kommunen, die explizit sogar in ihren Ausschreibungen nur darauf hinweisen, dass sie eben eine Cloud-Lösung anstreben. Das heißt also, für mich ist es jetzt nicht so, dass man das an einem Vertical-Fest machen kann, sondern ich glaube, es ist eben immer sehr stark auch, und das ist ja auch das Schöne noch, Personen getrieben, die eben letztendlich verantwortlich sind. Und das hängt natürlich dann auch mit einer IT-Strategie zusammen. Und wenn ich über eine IT-Strategie rede, kann die eben auch so sein, dass man sagt, nee, wir wollen das eben bei uns vor Ort haben. Und das wäre niemals ein Ansatz, dass ich dann sagen würde, nö, das ist für uns nicht interessant, sondern wir können das sehr wohl so respektieren, weil auch dort wir wieder diesen Lösungs-Managed-Service-Ansatz genauso fahren können. Und dann wird das Ganze eben vor Ort aufgebaut. Ich denke, bei eurer Cloud-Lösung habt ihr ja selbstentwickelte Produkte und das kommt irgendwie alles aus Europa. Von daher, glaube ich, ist das Thema Sicherheit ja auch abbildbar. Wie siehst du das mit anderen Cloud-Lösungen? Ich meine, das würde wahrscheinlich den Rahmen sprengen, aber wenn ich mir die internationalen Vorgaben angucke, sowas wie ein Cloud-Act, den es ja nun mal gibt, das ist ja ein niedergeschriebenes Gesetz, sind alle Cloud-Lösungen so wie eure, unsere oder siehst du schon Kunden, die auch Mehrwerte aus Sicherheitsbedenken für eine deutsche Cloud-Lösung oder eine europäische Cloud-Lösung bei euch sehen? Also es ist ein wahnsinniges Argument, dass wir eben sagen, Cloud made in Germany, obwohl ich in der Vergangenheit eher immer so ein bisschen diese Probleme hatte mit dieser Idee made in Germany. Für mich ist auch... Made in Europe besser? Made in Europe ist definitiv besser, auf jeden Fall. Aber auch der gesamte Ansatz, wenn du dir eben natürlich unsere generelle Entwicklung anschaust, auch mit den ganzen globalisierungskritischen Tönen, dann bin ich natürlich da nicht zwangsläufig nur begeistert davon. Trotz alledem gibt es Kunden, die darauf Wert legen und die sagen, sie möchten das Ganze eben hier vor Ort wissen, sie möchten eine gewisse Sicherheit haben, sie möchten auch sicher sein, dass ihre Daten eben nicht zwangsweise irgendwie dann eben weitergegeben werden. Und wir haben auf der anderen Seite aber auch den Punkt, dass wir natürlich jetzt durch die gesamte Covid-19-Situation natürlich einen wahnsinnigen Run erlebt haben auf Digitalisierungs- und Kollaborationstools, die eben fast alle nicht mehr in diesem Einklang zu bringen sind. Weil jeder nutzt Zoom, jeder nutzt BlueJeans oder eben auch Teams beziehungsweise Skype. Und es gibt nur wenige europäische Alternativen an der Stelle. Und jetzt muss man natürlich abwarten, was jetzt aus dieser Covid-19-Situation hervorgeht. Also was werden wir dann am Ende auch aus Datenschutzgründen wieder nochmal neu definieren und diskutieren? Im Moment ist erstmal ganz viel Datenschutz und Sorge, glaube ich, zurückgedrängt worden vor der Praktikabilität. Ich brauche überhaupt erstmal eine Lösung, um am Betrieb weiterhin teilnehmen zu können. Und das ist für mich im Moment noch ein bisschen unklar. Was ich aber glaube und wovon ich überzeugt bin, dass perspektivisch definitiv die Qualität zunehmen wird. Während wir gerade am Anfang im März, April so ein Interview, wie wir es jetzt führen, nicht führen können, weil einfach die Leitung dreimal, also nicht nur die Leitung, vielleicht eben auch die Plattform drei oder viermal zusammengebrochen ist, ist natürlich im Moment das Augenmerk, wie kriege ich eben auch einen stabilen Betrieb hin? Und das Nächste wird dann sein, das ist natürlich die Rechtsprechung. Und da sind ja im Moment einige Themen auch offen, die eben nicht geklärt sind, die wir eben klären müssen, wo wir auch wieder Rechtssicherheit erlangen können oder müssen oder müssten. Und ich glaube, da werden wir jetzt in den nächsten Monaten erleben, natürlich auch in Abhängigkeit von der Deutlichkeit, die wir jetzt von der zweiten Welle oder wie immer man das auch nennen möchte, jetzt nochmal heimgesucht werden. Aber ich glaube, das wird definitiv dann auch wieder stärker ins Bewusstsein treten und wird dann auch wieder eine Rolle spielen, dass Unternehmen eventuell auch sagen, nee, es kommt für mich überhaupt nicht in Frage. Aber auch dort würden wir sagen, klar, verstanden, es gibt gewisse Dinge, die du eben in der Cloud besser lösen kannst, die du einfacher lösen kannst, die du eben auch als gescherte Lösung mit weniger Aufwand lösen kannst. Und jetzt kommt der Punkt, was ich aber immer wahnsinnig stark fand an eurem, unserem Ansatz. Also da muss man wirklich sagen, dass wir eben in unserem Konstrukt immer eine Private Cloud für unsere Kunden aufbauen. Also die virtuelle Appliance pro Kunde stellt für mich ein wahnsinniges Sicherheitsmerkmal dar und unterscheidet sich von ganz vielen der Centrix-Angebote draußen im Markt, weil ich eben nicht Bestandteil einer großen Community bin, obwohl natürlich man gerne Bestandteil auch einer Innova-Schon-Community ist, aber eben ich habe meine eigene Appliance und das ist eben auch wichtig. Ja, du hast vorhin das Thema Globalisierung angesprochen und Globalisierungsgegner. Ich habe da ja eine ganz andere These, deswegen spreche ich es vielleicht einfach nur ganz kurz an. Vielleicht sprengt, also ich werde da nicht auf Details eingehen, aber das, was ich glaube, was die Zukunft der Kommunikation sein wird, ist, dass wir so Dinge haben wie Echtzeitsprachanalyse zum Beispiel. Also ich werde morgen auf Chinesisch sprechen können und du wirst es in Deutsch lesen können, direkt Echtzeit übersetzt und wir werden morgen durch die Digitalisierung vielleicht ganz viele Prozesse finden, die werden automatisiert laufen und wenn wir sowas brauchen, dann werden wir Algorithmen brauchen und Algorithmen entstehen eben aus Daten und wenn ich mir im Moment die Situation von Europa angucke, dann spielen wir zumindest mal Stand heute mit den Algorithmen, die die Kommunikation morgen verändern werden, null Rolle, weil wir die Daten gar nicht haben, weil es nicht geht, weil es aktuell nicht geht und gar nicht möglich ist und mir geht es gar nicht darum zu sagen Europe first oder was auch immer, das ist überhaupt gar nicht meine Intention, aber ich persönlich glaube, dass diese Technologien, die sich durch Cloud-Lösungen gerade überhaupt ermöglichen, dass wir sehr wohl wissen sollten, wem die gehören, diese Algorithmen und wer welches Ziel damit verfolgt. Also benutzen tun wir die tagtäglich, wenn wir Facebook aufmachen oder irgendwelche Newsleader-Reader gucken und das wird auch die Kommunikation treffen, da bin ich mir ziemlich sicher und von daher ist das so ein bisschen ein Appell an euch auch und das weißt du ja auch, dass mir noch mal viel daran gelegen ist, dass wir in Europa und dass wir vor allen Dingen mal verstehen müssen, wie gehen wir mit Sprachalgorithmen um, die morgen da sein werden. Die kennen wir heute schon von den Geräten, die zu Hause rumstehen und die werden morgen einfach allgegenwärtig werden und ich halte es da schon für wichtig zu wissen, was wir da tun. Siehst du das anders? Also grundsätzlich unterscheide ich dort zwischen Business-Anwendungen und auch normalen, du hast jetzt eben... Konsumer-Anwendungen. Konsumer-Anwendungen, weil ich glaube, für uns ist es extrem spannend, auch in dem Bereich Spracherkennung, in dem Thema Bot-Entwicklung, auch als europäische Lösung Ansätze zu finden, die eventuell, darüber hatten wir ja auch uns schon begonnen auszutauschen, die uns auch weiterhelfen. Also die uns weiterhelfen in der Partnerschaft, die uns weiterhelfen als Unternehmen jeweils, weil wir gewisse Anwendungen eben automatisiert bekommen, analysiert bekommen und für mich dann da nicht im Hintergrund irgendwie, ich sage jetzt mal, eine große Datenkrake notwendig ist. Ich glaube, wenn wir davon reden, werden wir es nicht schaffen ohne auch einen gewissen nicht-europäischen Teil. Das wird zwangsläufig so sein. Da liegt auch nicht mein Herzschmerz drin, sondern ich will eigentlich erkennen, welche Anwendungen mir einen Mehrwert bringen oder die uns einen Mehrwert bringen. Und ich glaube, dass wir uns da dann nicht verstecken müssen. Das heißt nicht, dass wir heute nicht um Längen auch an gewissen Stellen hinten dran sind. Das heißt aber auch nicht, dass diese Zeit uneinholbar ist oder dass wir da keine Chance haben, auch dagegen auch andere Lösungen zu platzieren. Und ich glaube, da ist einfach wichtig, dass man nicht eine Sisyphus-Arbeit beginnt und sagt, ich löse jetzt Microsoft ab, sondern dass man eben sagt, okay, ich habe hier eine Anwendung. Da gibt es viele, viele Kundenanforderungen, die ich erkenne, die ich eben jetzt auch, auf die ich gezielt eingehen möchte, auf die ich gezielt eine Antwort finden möchte, auch mit meinem Netzwerk, meinem europäischen Netzwerk. Und da glaube ich, darin liegt ein erster Schritt. Genau. Den wir gehen müssen, nach meinem Dafürhalten und den wir auch gehen. Und wo wir auch immer wieder auch erste Ansätze wagen, um zu sagen, okay, wir suchen hier eine Lösung, die uns hilft, unsere Kundenanforderungen eben auch besser umzusetzen. Die Kundenprobleme zu lösen. Ich bin ja gerne Problemlöser. Das ist so schön, wenn wir Probleme lösen können. Genau. Und da seid ihr auch ganz weit vorne dabei. Ja, Markus, dann danke ich dir für den Smalltalk für heute. Ich weiß, dass ihr noch ganz viel auf der Roadmap habt und die nächste Zeit wird spannend mit euch. Von daher danke ich dir erstmal für die Zeit heute und für den kleinen Smalltalk, den wir hatten. Und ich denke, wir bleiben in Kontakt und Verbindung. Und für alle Zuhörer und Zuschauer, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao. Vielen Dank. Tschüss, Lars. Danke. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020